Westküste FM, der Buchtipp, heute von Gabriele Scheller. Bernhard Schlink, die Enkelin, erschienen bei Diogenes, das Buch hat 376 Seiten und kostet 25 Euro. Kaspar, mittlerweile 70, hat eine Buchhandlung in Berlin. Birgit, seine große Liebe, hat er als Student in der DDR kennengelernt. Sich selbst in Gefahr bringt, hat er ihr die Flucht ermöglicht. Jetzt ist Birgit tot, ertrunken in der Badewanne. Erst nach ihrem Tod erfährt Kaspar von einem Buchprojekt, das sie hatte, und bei Durchsicht ihrer Unterlagen findet er ein Dokument, das für ihn unfassbar ist. Birgit hatte eine Tochter, die sie als Kind weggab. Er hat sich immer Kinder gewünscht, es aber akzeptiert, dass sie kinderlos blieben. Kaspar macht sich auf die Suche nach Svenja, Birgits Tochter. Er findet sie auch, aber unter Umständen, die er nicht vermutet hätte. Sie lebt mit ihrem Mann in einer völkischen Gemeinschaft im Oderbruch und hat mittlerweile selbst eine Tochter. Diese Sigrun ist ein schönes, kluges, musisch begabtes Kind, das er als seine Enkelin betrachtet. Aber sie ist in dieser völkischen Gemeinschaft mit rechtsnationalem Gedankengut aufgewachsen, sie kennt nichts anderes. Aber Kaspar gibt nicht so leicht auf. Schlink hat ein wunderbares Buch geschrieben. Es ist ein sehr deutscher Roman, eine elegante Lektion in deutscher Geschichte und Gegenwart. Es ist auch ein Buch über einen Mann, der einen ungleichen Kampf aufnimmt, mit sanften Waffen, nämlich mit den Mitteln der Kunst, mit Musik, mit Literatur. Man versteht, dass alle totalitären Systeme das Schöne vernichten, Museen plündern, Bilder stürmen, Bücher verbrennen, denn Kunst und Kultur ist allem Hässlichen weit überlegen und es kann Leben verändern.